Wir sind heute Mittwoch. Was hast du denn heute noch nicht getrunken? Gar nichts. Am Ratzdener Schloss, dass immer Mittwochs im Sommer Oldtimer und Motorrad treffen. Man hört es schon, ne? Ja, es rubbeln die Motoren. Da hinten ist das Schloss aus dem 15. Jahrhundert. Und unsere Freunde haben uns hierher gefahren. Ja, und jetzt genießen wir ein bisschen den Hafen. Und zeigen euch ein bisschen was, was es hier so gibt. Wir machen noch nicht lang genug Videos. Ich sage viel und erwarte Spaß und Kirsten macht aus und sagt, schauen wir mal. Also viel Spaß. Musik 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 Haha, wie lustig! Der LKW ist uns gestern auf der Strafe entgegengekommen. Das ist echt schräg hier. Ich probiere jetzt sicher. Weiter gehts. Der Reisort rein. Das war noch ein Auto. Brauere. Kälte auf ihn. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.